Halt die Kamera weg, weil du kannst ihn in den... Oh, nimm die auf, nimm auf, nimm auf. Ah, Entschuldige? Kurze Frage, sprichst du Deutsch? Ja. Du bist gerade an mir vorbeigelaufen, ich finde, du hast eine überragende Ausstrahlung. Danke. Ich wollte mich einfach vorstellen. Hi. Marco. Hi. Was machst du hier gerade so? Ich komme von der Arbeit. Okay. Was machst du? Ich bin eine... Okay. Ich bin... Okay. Das ist cool. Ich habe eine Firma für Werbefilme. Wir produzieren Werbefilme für auch solche Firmen, wenn die auf YouTube werben wollen. Ja. Läuft ganz gut. Kann ich dir einfach mal anschreiben, auf weißen. Dich? Ja. Okay. Mein Akku ist leer. Ich brauche niemanden. Du siehst überragend aus. Ich dachte mir nur gerade, ich hätte mir so für die nächste 10 Sekunde so einen Arsch gewissen. Bist du selten angesprochen? Wenn, dann kommen wir drüben. Ja, okay. Ich verstehe. Ja. Es ist ja halt eher so heutzutage, dass man irgendwie über das Internet angestimmt wird. Ja. Ja, aber ich finde, ich habe echt Respekt auf das Rass. Okay, cool. Danke. Woher kommst du? In Frankfurt? Ja, ich wohne in Frankfurt. Also momentan wohne ich in Rüsselsheim. Bin da hingezogen, weil dort ist größere Wohnung und dort kann ich bessere... Ich kann es mir besser leisten, die Wohnung. Und die ist größer und da kann ich mein Studio besser arrangieren. Ja, cool. Ja, das passt. Ja, das ist eigentlich einfach zu merken. Machst du mich gerade ändern? Ja, kann ich auch gerne. Ja, das hat man ja heute echt... Also ich habe da echt was dringend vor, weil so zu Leuten hinzulaufen ist schon nicht schlecht. Ja, cool, dass du das erwähnst. Ja. Okay. Machst du irgendwas Online-mäßiges? Online-mäßiges ungefähr? Keine Ahnung, Instagram engagiert oder so? Nee, ich habe meinen Instagram-Account gelöscht. Okay. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so viel Unterschied macht, wenn man dann Instagram dazu hat, keine Ahnung. Hätte ja sein können, dass du modelst oder so? Ja. Das habe ich damals gemacht. Damals. Okay. Ja. Ja, ich muss leider weiter zu einer Freundin. Kein Problem. Hat mich gefreut? Wir schreiben einfach. Ja klar. Okay. Also echt zur Leistung. Danke. Okay, warte kurz. Ich muss auflösen. Wir machen ein YouTube-Video. Ich habe einen Flirt-Channel. Ich bin Flirt-Coach vom Beruf. Und ich zeige, wie ich in Alltagssituationen Frauen anspreche. Deswegen finde ich es super witzig, dass du das gerade so erwähnt hast. Super witzig. Du hast voll cool reagiert, ehrlich. Ich finde dich auch ernsthaft attraktiv, weil du bist wirklich super attraktiv. Ja, aber es war echt. Findest du gut? Ich bin gerade so erstaunt. Ja. Das ist mein Kind nicht mehr. Okay. Deswegen habe ich mir gedacht, wow, okay. Ja, damit mache ich mein Geld. Also ich bringe Männern bei, wie das. Echt? Ja, genau. Ich bin Autor und im Fernsehen unterwegs. Ich kann gerade noch sagen, weiter so. Weil das ist echt. Cool. So, wenn man mit Leuten zugeht, das hat man halt, wenn man halt irgendwie angemacht wird, dann ist es halt, wie gesagt, entweder schon getrunken. Ja. Oder irgendwie, ja, im Internet. Und das ist ja das, was eigentlich heutzutage die Regel ist. Ja. Cool. Ja, cool. Wäre das okay, wenn ich das benutze? Von deiner Seite aus? Weil ich glaube, man sieht dich eh nicht so richtig von der Seite so. Weil ich habe mich extra so hingestellt, dass man deinen Kopf nicht so sieht. Das ist mir wichtig so, dass die Leute nicht so krass erkannt werden. Ja, noch halt nicht. Also in meinem Business kennen mich halt viele hier in Instagram. Okay. Soll ich dein Gesicht planen? Also, ja, komplett so, wenn es geht, dann kannst du es gerne benutzen. Cool. Aber komplett den ganzen Körper oder? Ja, weil sonst sieht dir jetzt dann so aus, als hätte ich dir gleich meine Nummer gegeben oder sowas. Ja, so sieht es aus. Und dann kommt es genau ein bisschen. Okay, kein Problem. Aber ich habe gleich eine Frage. Kein Problem, verstehe ich. Absolut. Deswegen Diskretion zählt. Aber ey. Deswegen wollte ich dich auch nochmal fragen. Aber wir können gerne mal was unternehmen. Du bist echt cool. Ja, aber wenn du weiter den Leuten mal beibringst, darf sie mal mehr wieder auf die Menschen zu gehen. Vor allem auf so eine höfliche Schiene. Weißt du? Nicht so eine playerhafte Schiene. Das ist halt so der Unterschied. Cool. Mach weiter. Cool, selber cool. Okay. Hau rein. Wir sehen uns. Ciao. You. Good. Way. The winner". I'll see you tomorrow month.